Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal sehen, welche der riesigen Pyramiden Lina wohl für... Oh, höchstwahrscheinlich die Willkommen Trottelwoman, begrüß meine neuen gelben Kryptomiten Extra für dich gemacht Übrigens hätte ich gern Feedback zu den angsterzeugenden Eigenschaften dieser Züchtung Fill gern die Bewertungskarte aus, wenn du überlebst So, dann aktiviere ich mein elektromagnetisches Bedortungsmodul Oder ich sehe einfach nach draußen Blaue Kryptomiten? Die sind aber neu Also jetzt bin ich total verwirrt Noch nicht, Fat Girl Doch schon sehr bald, dank meinen verwirrung erzeugenden blauen Kryptomiten Oh, das leuchtet, aber schick Orangefarbene Kryptomiten? Na, hoffentlich sind die reich an Vitamin C Träum weiter, schluffi Girl Lina, ich hatte schon so einen heimlichen Verdacht Und das wird unheimlich, wenn meine verdachterzeugenden orangefarbenen Kryptomiten ihr Werk tun Was ist los mit mir? Das ist ja der Horror Ich versage und enttäusche alle Meine Mutter holt mich von der Superhero High Und dann sehe ich keinen meiner Freunde je wieder Nein, das gehört alles zu Linas Plan Das ist nicht real Jetzt kann nur die Wahrheit helfen Die Wahrheit ist Ich werde niemanden enttäuschen Ich werde weiter kämpfen Ja, ich bin stark, so wie Mutter es erwartet Und ich werde die Angst nicht siegen lassen Halt mal, warum bin ich hier noch rauf? Ja genau, die Karmiten Halt, heißen die Karmiten? Kryptomiten Nur wer sind die? Ich bin so verwirrt Gruppenchat-Anfrage von Wonder Woman Das hört sich ja äußerst suspekt an Ignoriere ich Dieses Gepiepe klingt höchst verdächtig Besser, ich gehe ran Mädels Lina hat Spezialkryptomiten auf mich losgelassen Sie können die Emotionen total durcheinander bringen Falls ihr also welchen begegnet Schnellstens abhauen Woher hast du diese Nummer? Bad Girl, ich bin's Wonder Woman Der würde ich nicht trauen Was? Supergirl, ich? Oh nein, ich komme zu spät Zuerst habe ich meine Mom verloren Und jetzt auch noch meine Freundinnen Ich muss das in Ordnung bringen Aber vorher Einer ist weg Mädels, ihr dürft die Gefühle nicht zulassen Bad Girl, ich kenne niemanden, der so schlau ist wie du Immer wenn bei mir das totale Chaos herrscht Bist du diejenige, die mir hilft, das Leben wieder auf die Reihe zu kriegen Meinst du? Na klar Und Supergirl? Du bist unfassbar stark Aber das mehr als betonharte Vertrauen, das du in deine Freunde hast Ist sogar noch stärker Vertrauen? Genau das ist Freundschaft Vertrau mir, es ist wahr Wenn du irgendwann nicht mehr weiterweißt, nehme ich dich an die Hand Und verlierst du das Vertrauen in mich? Vertraue ich dir weiter Ja? Ja... 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 Ist bei euch alles okay? Ja, und wie. Danke für die Kopfwäsche, Freundin. Oh oh, Mädels. Mir wird hier gerade eine neue Disarstörungsquellen gemeldet. Ziemlich stark. Sende die Koordinaten. Der Energiespot muss hier irgendwo sein. Aber die Anzeige schlägt überall aus. Ich kann es nicht eingrenzen. Ist das so eine Art Insel? Bei Hera, nein. Du kannst es nicht eingrenzen. Weil es verborgen ist. Temis Kirat, die Paradiesinsel. Meine Heimat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017